Ja Leute, ihr schaut mich gerade an, aber ich euch nicht richtig, weil ich schneide gerade Haare. Ich meine, ich muss gerade ein bisschen wegnehmen, das finde ich auch wie einen Ersatz. Und das wird jetzt der Baran übernehmen. Deswegen Spaß Leute, was geht ab? Rascha hier mit meinem Bruder Baran und Doan. Doan, stell dich mal kurz vor. Was geht, Leute? Alles klar. Wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt, willkommen aus Grevenburg. Heute Clubauftritt von meinem Bruder Rascha. Ja Leute, auf jeden Fall erster, erster Clubauftritt. Ich bin, also ich freue mich, ich bin aber nicht angespannt, Leute. Ihr wisst doch, wenn ich eine Bühne sehe, wir nehmen auseinander. Dazu brauche ich nichts sagen. Und hier sieht man meine Fähigkeiten, all die Jahre Haare geschnitten und immer noch werde ich von meinen Freunden ausgenutzt. Da bringt auch Fame und Kokosche mit 12 Millionen nichts. Deswegen, ja Leute, wir sehen uns gleich. Baran redet nicht gerne mit der Kamera, Leute. Ich weiß nicht, ob er sich schämt oder warum redest du nie? Ich weiß nicht, das ist nicht meine Stärke. Ich kenn diese Freunde. Die sind immer dabei, die supporten auch wie Löwen, aber die reden nicht. Aber die meisten von euch kennen jetzt Baran von TikTok. Kommst du vielleicht zu Icon? Icon 17 mit dir und Canon. Icon 17, aber mit Full-Auto-Tune. Keine Live-Version. Warum mit Masken? Was darf das denn, Mann? Ich hab nur erste Dinge gemacht. Ja, Mann, wie schön es ist. Ja, weiter zu blieben, ja. Ich hab gesagt, mach den Strich, du hast den gemacht. Hat der verkackt? Ja. Bruder, schalt schon so lange Haare, als ob der noch verkackt. Guck, wer gleich. Guck, wer gleich. Guck, wer gleich. Guck weg, seit ich auf Flasche sitzt. Du oder ich. Halt, lass hier alles auf Kamera, Bruder. Kommt alles mit. Der hat einmal Haare geschnitten, ich hab das Spiel. Die hab ich gehofft gemacht, ey. Mal sind wir heute auf 6 Liter, wenn der sich im Selbst. Du hast 6 Liter, Bruder, mehr. Bruder. Schneid aber Haare. Bauser zieht immer sein Ding aus. Schneid aber Haare auf den. Ey. Das wär's eigentlich. Ja, Mann. Aber wie willst du Mikrofon halten? Ohne Sinn. Ich schalte dir so, wie wenn du schneidest. Bauser zieht immer sein T-Shirt an. Einer, du oder der geht auf Bühne, setzt sich hin, ich mach Umhang. Boah, sollen wir alles auseinandernehmen, da? Das wäre hardcore witzig, Alter. Ja, Mann. Und du machst dann... Die denken, ey, was geht ab hier? Du machst irgendwann einen Fax, der versucht zu singen. Ich sag, Bruder. Geh mal weg, Bruder. Boah, das könntest du als Intro machen. Geh mal weg, Bruder. Das könntest du als Intro machen, ja, Mann. Bruder, wo ist dieser Junge, mit dem du das singst? Shabbat, kompah. Hast du auch die Setlist? Die hast du noch nicht fertig, ne? Nee. Dann schneid ihn fertig, dass unten noch kurz irgendwas trinken oder so. Setlist fertig macht. Dann können wir die gleich auch... Dann kann ich dir auch gleich Rock schicken. Seid. Verstehst du jetzt meine Aufgabe? Ja, Mann. Bruder, du bist richtig Stuttgarter Dings. Verstehst? Verstehst? Bruder, ich liebe... Ich würde so gerne so reden können wie Darin und so. Ich liebe dieses... Salamu alaikum, Bruder. Ja, ja, voll. Was hast du gedacht, Bruder? Ich schneide gerade Haare, Bruder. Also, ich schneide. Ich krieg nicht Geschnitte. Ja. Ja. Wir sind hier schon im Hotel, Bruder. Sind die auch hier im Hotel? Ja. Schau ab und zu. Ja, ja. Deine, Bruder? Ja. Ja, komm, schnell. Okay. 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 Bruder, was ist Setless? Setless, deine Lina. Achso, okay. Da habe ich das richtig verstanden. Okay, Bruder. Bis gleich. Ciao, Bruder. Ciao. War das ein großer Akku? So. Ja, tu mal, aber ich weiß nicht. Wer war das? Schabapp. Was will er? Ich soll die Setless schicken, Bruder. Schau, ey, in mein Zimmer. Und der wollte auch Haare schneiden. Den? Wollah? Ja, Bruder. Die lassen dich nicht Schwabster werden. Scheiße, warum hab ich Maschine mitgekommen? Nein, Spaß, Bruder. Gerne. Bruder. Normal, ich schneide gerne, Bruder. Schon kein Problem. Wer will ich sein? Schabapp. Und wie viele Läden hast du schon? Hä? Wie viele Läden hast du schon? Bruder. Kette, ja schon. Wir haben Kette gemacht. Rasha Cup. Kennst du nicht? Ja. Maler geiler Name. Ja, Bruder. Ist auch nicht schwieriger Namen gewesen. Maler, wie ist denn Deki? Kukaschen, willst du das trotzdem schon mal aufschreiben? Äh. Egal, wir teilen das eh auf, wann wir den machen. Mhm. Wo Nummerier ich's noch nicht. Wie viel könnte ich denn noch selber machen? Bro, du hast im Prinzip Klubshow, du hast 20 Minuten Setzeit. Was bedeutet, du kriegst 5 Lieder unter plus eine Zugabe. Und die Zugabe macht dir wahrscheinlich heute Abend nochmal a la carte. Ja, same, same. Die beide nochmal aufschreiben. Weißt? Ja. Also wäre nicht sinnvoll. Aber wie gesagt, müssen wir auch mit Schabappmacher noch besprechen. Dann würde ich kalter Dezember noch reinpacken. Ähm. Einen habe ich noch, aber ich weiß nicht, Bruder, der ist noch nicht so... Einer, der wäre halt gut für... Den schreiben wir auch nochmal, ähm, wie von selbst. Wie von selbst. Nein. Warum? Den kenn ich so viel, ne? Bro, ich würde mit Icon-Liedern reingehen. Ja. Nur Icon-Lieder. Weil dadurch kennen dich die Leute jetzt. Ja. Den Katalog kannst du dann so in der fünften, sechsten Show pushen. Guckerschön a la carte. Was machst du dir, Bara? Bevor ich... Bevor ich... Bevor ich in den Blech Klingel reingehe. Bruder, hätte er lieber gar nicht geschnitten. Hahaha. Guck mal, in den Spiegel. Ich hab gar nicht geschnitten. Die wollen jetzt auch mich schieben. Keine Ahnung. Ich sehe aus wie ein Opa. Die wollen jetzt alles auf mich schieben und bei Rascha verkackt haben. Bruder, Bara, was hast du gemacht? Du hast wirklich... Also, Bara, jetzt Spaß beiseite. Du hast wirklich verkackt. Ja, was soll ich jetzt machen, Bruder? Das hätte ich mir auch kein Problem sagen. Bruder, der hat nur eine Aufgabe für einen Auftritt. Und das hat er verkackt. Du, Arnal. Was willst du jetzt machen, Bruder? Dafür bin ich bekannt. Oder hast du ein persönliches Problem mit dir, was du hier nicht vor Kamera sagen willst? Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Na, Spaß. Ich pack alles ein, ne? Ja, Leute, ganz wichtige Geschichte. Du, an wie lange habe ich diese MCM-Tasche? Boah, ich schwöre seitdem, der, glaube ich, 15, 16, vielleicht sogar noch länger. Ja, ich schwöre. Bevor das gefälschte MCM-Tasche aber wurde immer die Sachen hier reingetan. Aber die hebt immer noch, ja, für Fake. Bruder, ich schwöre. Bruder, der ist damit? Bruder, der ist damit? Mehr gehalten als das Original. Der ist damit, Bruder, einfach direkt, Ungarn. Mit Fahrrad. Und das, äh... Nicht nur Fahrrad, Bruder, Bus, Bahn, alles. Alles, ich schwöre. Bruder, einmal gab es eine Lach-Kick-Story. Das hab ich dir erzählt, ne? Bruder, ich bin so im Bus, ich steig so ein, ne? Busfahrer, ich sag so, hallo, ich mach hier, ist gern Schoko-Ticket, dies, als ich geh rein. Bruder, ich setz mich so hin, ne? Also, ich lehne mich doch an. Bruder, auf einmal, du hörst nur noch so... Brrrrrr. Bruder, ich merke, dass ich an Kopfhörern an. Bruder, auf einmal, so eine Oma dreht sich hinter mir um. So, die macht so, ne? Ich denk, Bruder, was geht ab? Ich erschreck mich so voll. Ich hör so... Das waren noch diese nicht neue Maschinen, noch richtig alt, so... Brrrrrr. Ich guck richtig peinlich, die ganze Brust guck mich an. Bruder, eine Maschine, ich mach aus. Ich drehe da rein. Mach Bock, Digga. 20 Minuten, so kurz. Gerne. Kurz, 20 Minuten. Aber sagst du 20 Minuten, komm vor, dann wir eine Minute oder komplett wieder. Das finde ich cool, das kommt darauf an, was du mit dieser Show machst. Das liegt ganz an dir. Wenn wir die Songs jetzt durch Ballast haben, dann ist die eine Minute. Aber nimm dir die Zeit, zwischen den Liedern mit dem Publikum zu reden. Irgendwie, keine Ahnung. Oder bevor Shabab auf die Bühne kommt, die wissen ja, dass Shabab kommt. Und du kannst ja trotzdem sagen, ey, ich hab heut noch einen Kollegen dabei, ihr kennt die bestimmt alle, bla bla bla. Weißt du? Und dann, wenn du mit dem Publikum viel machst, das fühlt sich geil an, Bro. Das kommt echt vor wie so diese Knast-Vlog. Knast-Vlog? Knast-Hotel, wo wir waren. Hast du das mitbekommen? Ja, genau. Ja, genau. Bruder, es... Es sagt... Ja, ja, dieser, wo er in Lach geguckt. Ja. Diese... Bruder, es sagt genauso aus wie hier, ne? 1 zu 1, ich schwörst dir. 1 zu 1 hier, diese Dings. Bruder, ich freu mich über das. Ich realisiere es jetzt so. Einfach Clubshow. Das kommt einem so wissig vor, aber Bruder, das hat echt viel Wert. Ja, ich sag ehrlich, Bruder, dafür hab ich gekämpft. Das war nicht schlecht. Ich bin auch nicht einer von den Rappern, die einen TikTok gemacht haben und gerade gegangen sind. Ich hab auch schon diese Videos gedreht, Bruder. Regen, Winter, dieser, wir sind in Wasser reingegangen. Hier, Kameramann schickt Aufnahmen, Bruder. Bruder, guck mal. So? Ich wollte so eine Aufnahme, Bruder. Ne? Ganz normal. Bruder, ich hab Kameramänner auf einmal... Auf einmal so. Ich wollte so. Normal, ich muss Kameramann gerade ein. Bam. An der Stelle Grüße an Monkey Films und ein Tüßchen-Abi. Deswegen, ihr seid die Krassten. Bruder, warum hast du mal Mütze an? Nein, jetzt ohne Spaß. Ohne Spaß, willst du sehen? Nein, bist du abgefuckt gerade? Ja, übertrieben. Ich muss wieder... Ja, doch was. Ich muss wieder zur Seite machen. Ja, Bruder, alles zu kurz. Bruder, du kannst aber Mütze anlassen. Ja, ich will auch nicht. Waller sogar. Ja, warte mal. Nein, nein, das ist kein... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Dankeschön, Bruder. Nein, danke. Der will korrekt bleiben, Bruder. Abonniert von Kamera. Ja, ja. Ja, Bruder. Auf jeden Fall. Da kommen eins, zwei, drei, vier, fünf Abis auf jeden Fall von mir. Bruder, hier der Baran ist dabei. Der Doran. Geht's euch, Leute? Der beste Friseur aus NRW. NRW. Der Junge wollte kämpfen, um Star zu werden, nur ist er zum Friseur wieder gemacht. Einfach, er hat gerade den Start erzielt. Leute, ich schneide nicht mehr. Das auf Snapchat-Instagramm. Ich schneide nicht mehr, damit sein Kollege hier sagt, der beste Friseur aus NRW. Ja. Boah, Kästensitz. Wo fang ich denn an? Besteck? Besteck? Ja. Einfach mal mit? In den Club. Soundcheck-in. Ins Köpi. Soundcheck-in. Ja, Mann. Ist das aufgeregt? Bruder, ich hab richtig Bock, ja. Ich weiß gar nicht, ob das aufgeregt ist, Aufregung oder einfach nur Bock, einfach Lust, alles. Mit mir passiert etwas. Einige, weh. Oh, Bruder, der sagt nur Sachen, Bruder. Ich bin mies gespannt, ja. Aber das wird krass, Bruder. Man muss einfach den Moment genießen und abliefern. Aber, Bruder, man sollte auch nicht meiner Meinung nach so aufgeregt sein. Wofür haben wir gemacht? Weißt du, was ich meine? Genau für solche Momente, Bruder, dass meine Jungs mitkommen, dass wir aus einem Teller essen, Bruder, dass ich das bezahle alles auf meinen Nacken und die wieder nichts machen. Nein, Spaß. Nein, nein, um Gottes Willen. Wallah. Aber, Bruder, ich will zahlen, Bruder. Ich will machen, die sollen das kriegen, was die wollen. Der Baran, der raucht gerne Shisha, Dohan auch. Bruder, dann sollen die ihre Shisha im Backstage bekommen. So. Ehre, Mann. Ehre, Mann. Wir sind die neue Generation. Ja, Mann. Auf jeden Fall so. Und, Bruder, man merkt das einfach, die Jüngeren sind einfach hungriger, Bruder. Es ist so, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ich kenne auch ältere Rapper, ne. Bruder, die sagen selber, ihr seid gerade die Generation, liefert ab, nehmt euch nicht gegenseitig auseinander, helft euch, pusht euch hoch. Bruder, und ich glaub, ein Duo mit Shaba, Bruder, besser kann ich kaum, ich sag ehrlich. Diese beiden Lieder, Bruder. Ich weiß noch, wo wir geredet haben in Villa. Und dann, Bruder, meinst du, der geht ab? Ich war sehr skeptisch, ich sag ehrlich. Ich will nicht dieser Typ sein, der auch gesagt hat, ich hab daran geglaubt. Wallah hab ich nicht. Ich hab nur meinen ersten Part gefeiert und die Hook. Aber, Bruder, die Parts, dann dieser Zusammenhang, dass das alles so passen wird, Bruder. Es gibt, es gibt ein, ein Moment, zwei Momente, das sind die wichtigsten, Bruder. Meine Eltern stehen hinter mir, Bruder, natürlich sind die jetzt nicht im Club mit mir, Bruder, meine Mutter richtig süß am Supporten, so. Übertrieben, so, die weiß, das zahlt sich jetzt aus. Irgendwo zeigt sich jetzt ein bisschen so, ey, wofür haben wir die letzten Jahre gekämpft? Auch wenn es nur eine Clubshow ist, so wie ich red das die ganze Zeit groß, aber, Bruder, das hat so einen enorm krassen Wert, wo das können sich Leute nicht vorstellen. Und dann hab ich meine engsten Jungs mit dabei, den Dohan und den Baddern. Viele von euch kennen die Jungs schon von TikTok, ich bin mit denen immer oft live. Und mein älterer Bruder, genau, das ist das zweite, mein älterer Bruder, der ist gleich da und der sich, was sein kleiner Bruder gemacht hat. Bruder, das ist das Wichtigste, Bruder, weil Anfang, wo ich gerappt habe, hat er auch gesagt, hör auf immer zu beleidigen, mach nicht das Asoziale. Okay, schon akzeptiert, schon ein bisschen geändert. Jetzt bist du auf Depreschile, Herz gebrochen. Aber, Bruder, ja, Mann, war das das Ganze. Herz gebrochen? Herz gebrochen? Bruder, dazu kommen wir später, wenn er 5 Uhr, 6 Uhr ist und wir Ahmet Kaya im Auto hören. Okay. Das ist krass, ja. Dass der in der Mitte ist. Warte, gar keinen Kuchen. Aber, Waller, ich freue mich ja. Ich muss, Bruder. Schöne. Wie haben wir gekämpft? Ja, Wunder. Die ganzen Jahre. Schöne. Übertrieben, Bruder, jetzt gerade, wenn ich diese Leute sehe, war alles schon krass. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Mach's, mach's. Seid ihr gleich dabei? Ja. Kommst du rein? Ja. Okay, korrekt. Ja, er ist mit seiner Mutter sein. Ja, Bruder. Mach's, mach's. Mach's kein Dezember, Bruder. Ja, Mann. Waller. Wie muss es abgehen? Ich freue mich schon über Trieben. Das ist aber ein Döner. Ich bin so Döner. Oh, Bruder. Voll einfach Döner. Voll einfach Döner, Bruder. Kloppt, Bruder. Schön. Ja? Danke, danke. Musik Ich kann mir nur ein Milligramm sein... Ich bin nur ein Mittelartagier, ich bin nur ein Geist. Tja, ich bin kein Team, ich bin nur ein Geldsignal. Und das ist ein Geldsignal. Ich kann mir Bescheid sein, was ich bescheid? Brauch, du bist so nett, Oh, manachbainen. Oh, manachbainen. Wie ist einer Dose? Wie ist einer Dose?! Wie ist einer Dose? Das ist ein Geld, das ist ein Geld. Du bist. Das ist ein Geld. Du bist von dem Fultag, Bishabab in Pesta Rosa Tic, warte, wir sehen uns heute später Leute, diese Spaß ist in den Leben Wir hören uns in La Caglie, wir sind mit Feuer Ruhig auf der Jahn nach der Zukunft der Maruja Pop, Pop, Mario Zwei Kilo, Peggy, Zinn Zeig dem Bullen meine Mette fliegen kann Von unten nach oben, in die Kammer fliegen kann Hallo, Frero Mein Palli-Di-Ticker Bin vor uns Er hat den Händerte mich auf den Weg nach Ariva Fero, mein Ganimat So viel verschreckt mir im Kiel oder wieder Fliegen wir da wieder, oh, oh, und nach Arria Habe uns verloren, wegen Taxis Maria Und so noch die Reihen gerade War das alles ein Traum Oder Realität Hey, hey, hey Sorry Mama, zu viel Rahmen Auf meine Wege, da wo ich schlieb Wo dich schon mal sass ich Ja, heute noch Oh, 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 oh Oh Oh, 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 oh Was, oh, 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 oh Oh, 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 oh Akankottfhab Ay, war right ein Stock tidak Bisss, salgader kaput Luchkastris questa taம constrained Faberische ejang At hopher rekass, prominente notation Se Montante Sie Fertig Sie Ort Und dann sagst du so ciao Leute bla bla irgendwas ach so warte ich hab da noch jemanden für euch so und dann machen wir a la carte und dann machen wir Koka Shem Und dann Koka Shem und dann a la carte? Koka Shem und dann a la carte Weil das schon der Übergang zu dir dann weißt du? Bruder was hättest du die Idee sein Set endet mit Koka Shem Ok A la carte ist noch nicht gespielt Du gehst auf die Bühne machst du dein Ding und a la carte ist bei dir so Nummer 3 oder so und dann sagt er dachte das war's schon mit Rasha oder so und dann kommt er nochmal und wir spielen a la carte Dann hibst du nochmal ein Ok pass Baba also wie machen wir jetzt? Also Koka Shem spielt der alleine? Da kommst du schon dazu, ihr macht einen fließenden Wechsel Trotzdem ich fange an Genau du fängst an Koka Shem ist das letzte Dann Koka Shem kündigst du schon mit an Ich hab hier einen Kollegen dabei keine Ahnung Das weißt du selber wie du es am besten machst Und dann bist du weg von der Bühne Wenn er dann nach Koka Shem das zweite Lied spielt Und wenn er dann a la carte ankündigt kannst du sowas sagen wie habt ihr gedacht das war's schon mit Rasha Dann drehen die nochmal komplett durch weißt du? Ich brauche aber trotzdem noch von dir eine reinvolle Position Ok alle Spitze Was hast du? Blottherapie im Kalten Dezember Schwierige Lieder im Klub aber Klinge He 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 Wallahi Leute ihr wisst Hallo 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 Was sagst du der Krupp ist geil ne? Hapa Habe ich doch gesagt die ganze Zeit Was ist mit Koka Shem jetzt aber? Koka Shem kommt als letztes von ihm Danach kommt Koka Shem Also diese drei und dann kommen wir mit Koka Shem Genau Dann rufe ich Shabab und dann sage ich bla 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 Was habt ihr gedacht Kamer Junus Abi Junus Abi Junus Abi Junus Abi Junus Abi Keis Was schlimm tourists Scherz Scherz Jaaa! Mit der Training Spot. Ba-boom. Nichts mal den Nachteil mit dem Gehgemachter Krach und weck die Halbier-Nachbarschaft! Dicke Bar! Nur den Bier wieder rein in die Zelle Jungs sind unter mir als Exkriminell Und der Bullet ist schon wieder die Kelle Bullet ist schon wieder die Kelle Ey! Blacktherapie Zwischen Bier und dem Krieg Weil der Schlotter hat uns niemals geliebt Ey! Ey! Bruder, ich bin der Bischie Bruder, ich bin der Bischie 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 Schau aus dem Versorben Ich merge noch die Sonne nicht mehr sein Schau aus dem Versorben Schau wie die Kälte mich schon geh Ich fuhr wieder die Züge Ich bin der Bischie Barrette im 0-Dicht-Ur-Kipfen Probleme in dem Kopf noch kaum nicht hindern Welche Atemzug und Dichte entdeckten Ich kann mich verstehen, guck ich dir im Ring. Bei mir zu dem Kopf keine Kopfschade, dein Buch als einen nach meiner Sonsahrt, I, ich hätte nicht mit mir versuchern, bewegt mich denn unter dem Hatter. Sie fühlen mich die Bedienung, ich glaub das tut hier nicht gut. Das Ganze ist die Eide, egal wie sie sich versuch. Tatort, wir legen wieder Kugeln von nem Goldshot, sie bis am Wand, sie kriegen von uns kein Wort. Mord von Turbulen, sie jagen uns auf Standort, alle Bikes, ich achte, ich war nie mehr zu den Wachter, wie war, ey, 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 es war Mariotz, Philipp der FS, immer wieder, ey Philipp, du kannst schön, wenn du dann noch überrasst, nein Aber du kannst schön, es ist gut, und sie ist nun klar, du kannst schön, oh ah, du kannst schön, oh ah, du kannst schön, oh ah, oh ah , oh ah ah ist der kein, du podcast, die sich auf den Lestes Mond, oh ah ah ist der kein Kuchen, ich schade, du kannst schön, oh ah ah ja Der Kuchen wir das Niebl 2 Sekunden, wir hatten Lockheed, ja, komm mal! Du siehst ja kein Lockheed, oder? Ja, 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 wei, zum Club, du hast da eine Pizzerie in Club, geht einfach zu gewinnen, du machst Geld. Man kann ja mein Mund kreieren. Jungs, Jungs, warte mal, wie est' du? Du brauchst mich. Isst du? Glaub mir, du brauchst mich. Du brauchst mich. Haha, der ist gezogen. Kannst du wieder gehen oder schneiden? Alles gut. Du hast gleich gut. Schneid aber nur bei dem, nicht bei dem anderen. Wir können verkacken. Sehr lahm. Doch, bei dem kannst du schneiden. Wir fahren alle zusammen nachher. Hey, Annabelle! Wir alle in das Haus, Baby! Wuh! Du brauchst einen Arm, Bruder. Komm rein! Satz mit X war wohl nix! Ach, Mann! Julus, hab ich sehen ein bisschen, ja? Ja, danke. Zeig mal ein Video. Du hast doch gesagt, du machst ein Video, wie viele Leute da vorstellen. Ach so, wir sind da mit euch hinterher gefahren, Bruder. Krass, Bruder. Danke dir, Bruder. Du hast ihn gleich geheiratet, Bruder. Boah, hier ist so ein dicker Pickel, ja? Du musst ihn gleich müß aufplatzen. Ja, ja. Wir schlafen in sechs Stadtbeutelzimmern. Boah, geil. Ich bin ganz oben. Das sind die Zucker von diesen Homezeiten, Bruder. Ich rufe wieder. 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 Arascha wird meine Haare schrauben. Ich rufe wieder an. Die ganze Truppe ist frisch. Wir haben alle. Wir haben alle an Bord. Ich rufe wieder an. Ja, Leute. Arascha schneiden die Haare aufschneiden. Man muss die ganze Truppe versorgen. Ja, Mann. Die Leute wissen nicht, dass ich unter dem Wings eigentlich nackt bin. Aber es macht nichts. Ja, Mann. Nein. Ansonsten... Keine Ahnung. Nein, nicht so hoch, Bruder. Boah, ist das zu? Nein, nein. Arascha bitte, Bruder. Arascha bitte, Bruder. Arascha. Wir sind Freunde. Mann, siehst du nicht, dass ich den Atten drunter geh? Nein. Vergiss mal. Ja, Bruder. Wasche schneiden die Haare. Das ist schon krass. Es wird auch mal Zeit. Es wird auch nicht Zeit. Ey, Bruder, du musst ein bisschen nach rechts, ja? Wieso? Wenn ich Stuhl aufstehe, war doch irgendwie sehr eng und so. Wir sind hier. Hier ist Rasa. An meiner Linken. Mein Bruder. Wir wollen die Welt der Oma, Leute. Ja, Leute. Jetzt geht's los. Gib ihm Kiki, Alter. Endlich. Soundcheck. Alles gemacht. Jetzt warten wir auf meinen Bruder Shabab. Und dann Kipi wird auseinandergegangen. Komplett. Von links nach rechts. Diese Klub. Ich schmeiß vom rechten Seichen nach links. Von links nach rechts. Ewa, Paf, Ketamahasch in Panamera. Mit den Shababs hier auf Arwena. Papaciu zweimal. Richtulepa. Soll ich mit dem? Ja, Leute. Wir gehen jetzt auf Glässeffahrt. 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 Gipi, Alter. Was ist los? Wir sind jetzt da. Mit Shabab und Berdo. Is. 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 Mein Name ist YoungRox. Ich bin Producer. Das ist der Produzent von uns, Alter. Das ist der gekreffte, Alter. Was ist los, Alter? Was ist los, Alter? Ey, Bruder. Du weißt, Bruder. Es ist gekrefft, Alter. Weißt du, ich meinst. Ewa. Wir machen YCRB. 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 Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Was los, Alter? Jetzt sind wir da. Oh, Pi. Ja, danke. Danke, dass ihr mich hier raus habt. Super. Super. Das war geil. Und da ist das auf der Kamera raus. Geht mal rein. Beto, wir haben es geschafft. Das heißt, das geht jetzt so. Wir haben Glück, dass ich heute nicht mit RS bin. Aber, Alter. Wir haben Glück, dass ich heute nicht mit RS bin. Beat in slow mo. Beat in slow mo. Wow, 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 wow. I will feel it right. Ja, Alter, ich hab ihm damals 20 Millen gegeben. Dann hat er mich gewinnen lassen. Ich hab daraus 40 gemacht. Ich hab Doppelplus gemacht, aber dann. Boom! Jetzt geht's los, motherfucker! Baka! Bruder, was für Klubshow? Wir machen jetzt 10 Minuten. Ich chill! Ich chill im Porzenhof mit Champa Pombergo. Drück auf Beat, yalla, let's go! Stimm die Party mit den Abis, mit zwei dickeren Purnanis. Ich spiel mit Young Rocks von dem Block und du bist lost. Das ist der Backstitch-Bereich. Komm her, komm her! Kommst du! Hier bist du richtig! Einser-Bereich. Ich dachte, wer ist Glück, ist der Urlaub? Dieser Junge und ich spielen dann alles mit uns. Sie haben das nicht. Was geht ab? Macht mal alle Lärm für Rascha! Boah! Ja, weh! Das ist die letzte Show! Komm, noch mal, noch mal, noch mal! Ja, mein Baby, komm! Ey, Leute, ganz kurz, das ist meine erste Clubshow und das soll auch die beste Clubshow werden. Deswegen seid ihr da. Habt ihr Bank? Jaaaa! Rocks, gebt ihm alle Spitze! Jaaaaa! Alle! Und ihn fährt weg! Ruhe, mir keiner nimmt weg! Es ist der Asch! Oh, oh, oh. Hat' ich mir in die Gefangeln in die Zeit. Jungs, in die Jungs, in die Jungs, in die Jungs, in die Jungs. Und die Kline, 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 hey! Werte, was die Bline? Das Ding ist, es gibt einen richtig verrückten Klubsland, Murat. Nein, 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 nicht verrückt, nicht verrückt, nicht verrückt. Noch verrückter, noch verrückter, der verrückter ist aus Deutschland, der verrückter ist aus Europa, der verrückter ist aus Wiener, Schabau! Was geht, was geht, ab die Bock auf Kukka, sieben auf uns. Jala! Oh, wir sind weg! Was geht, was geht, wir sind alle dauer, Schabau, wir sind alle dauer! Wer von euch kennt Alla Karte? Genauso, Allah, Genauso, man. Jalla, Janux. Jalla, Janux. Jalla, Janux. Jalla, Janux. Jalla, Janux. Bruder, meine Stimme ist auf jeden Fall brutal weg. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Walla, ihr seid die Kranksten. Ihr seid nicht normal, ich schwöre, Leute. Dankeschön für alles, falls ihr das Video seht. Das kommt auf YouTube auf meinen Channel. Nehmt alles auseinander und da kommen noch fette Bretter. Das verspreche ich euch.